Das ist so ein geiles Wetter. Ich hab's genau für das Boot gebaut. Aber mein Dampf verschiebt gar nicht so viel Lage. Ja, das war schön aufgemacht jetzt oben. Ja. Hals in der Schreiber. Okay. Wir machen jetzt so, dass wir ein bisschen... No risk no fuck. So, und du filmst uns jetzt. Ja, mach ich. Dann zieh ich zu, dass ich in deiner Schreibertsache glaube. Ach so, läuft schon, oder? Ja, ja. Mach mal Kurs, Alter. Ich versuche mich anzupassen. So, am oben hier nachsteuern. Ja. Ich warte auf den, ich warte auf den. Ich warte auf den. Du stehst im Loch, ja. Eine Ehrwirkung, ne? Und, Verbrauch? Jo. Aber viel tun sich die Rote nicht. Jetzt ist der Moment, wo ich auch was tun müsste. Aber siehst du das, Jürgen? Ich mach nix. Er liegt auf der Bracke, aber er fährt. So, einmal umdrehen nach Backbord. Nach Backbord. Bei Raumschutz bildet ich einen, hat einen Vorteil durch die Baumfahrt. Denk ich mir. Also, nach Backbord. Und langsam sieht die Sterne auch nicht. Wollen wir mal Halsen nach Steuerbord? Ja. So, nach Backbord. Und rum. Ja, scheiße. Zwischendurch war ein bisschen. Du bist das gar nicht gewöhnt, ne? Habe ich so rausgehört. Habe ich so rausgehört. Ich hab letzt mal die Zuschauer unter dem See gebeten. Die sollten alle mal rufen oder pusten. Woher? Also, lass dir sagen, Flautensegelei. Gerade Regatta oder so, ne? Ja. Regatta bei Flaute. Das ist die nervenzerfetzendste Geschichte, die du dir vorstellen kannst. Vergiss die Formel 1. Schick Segeljachten bei einem Wofor oder bei zwei Knoten Wind auf eine Regatta. Dann kannst du Dramen erleben nach vier Stunden. Ich kann nicht sagen, ich war ja jetzt Nachbar, also Nachbarverein ist übertrieben. Ich bin jetzt zwei Stunden hingefahren. Da wollte ich meinem Leben einmal hin, weil die immer so lieben, lieben, lieben. Werfen gemacht hat, was dann von Schaufahrt. Ja. Ich komm da hin, da haben die grad die Segelschiffe drin, ne? Und ich guck, denk ich, geil. Das kennst du irgendwo her. So viel Wasser, so viel Wind haben wir bei uns am See hoch. Ich sag, wie lange fahren die denn? Drei Runden. Bonsai See, ne? Böde, wa? Nach der ersten Runde haben sie dann nur noch zwei Runden. Halse nachts. Schau aber. Ja. Glaube ich. Ja, nur zwei Runden. Schussfahrt. Ja. 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 Alla. Ja. Ja. Ja.